Guten Tag, hier spielt wieder euer Peter Gaming und wir spielen bei der FIFA 17 FC Bayern München. Machen wir mal schwarze Trikots wieder aus, so machen wir es hier. So Leute, das letzte Spiel haben wir gewonnen gegen den HSV, das war wichtig. Aber jetzt geht es um das Wichtige, um das internationalen Spielwerk. Da wollen wir uns jetzt auch noch verbessern, finde ich. Und um es mal jetzt gut spielen, Leute, zeige, dass wir ein gutes Team sind, gute Spieler sind, gute Mannschaft. Das ist jetzt wichtig, finde ich, dass wir gut spielen können, gut gewinnen können und das ist unser Ziel, Leute. Im Waldstadt, in Brücke, beim belgischen Vertreter, Leute. So, das ist jetzt wichtig. Dieser Sieg ist unser wichtigstes Kampf, Leute. Und wenn wir heute gewinnen, Leute, wäre es richtig gut. Das erste Spiel haben wir nur Unterschiede gespielt. Das heißt, wir brauchen heute einen Sieg. Sonst haben wir echt Schwierigkeiten hier zu... Wie immer, wieder auf Defensive erst, Leute. So, und jetzt geht es erstmal ruhig. Ball anfangen und die ersten Minuten erstmal ins Spiel wieder zu kommen, Leute. Ins Spiel zu kommen. Erst ins Spiel wieder zu kommen, wie immer. Und ruhig zu spielen. Alter, was war denn das für ein Spiel gerade? Alter, Schwede. So, Vorsicht, spielen. Immer ruhig spielen, Leute. Nicht hetzen die Mannschaft. Oh, Alter. Wann macht es? Aufbauen, Acht. Das scheinbar ist ein klein. Das wäre ein schweres Spiel für Bayern, Leute. Ein Punkt, um Siegwärts, ist eigentlich Pflicht, Leute, heute. Aber wir müssen erst gewinnen, Leute. Und das ist wichtig. Pflicht ist uns drei Punkte. Aber ruhig gewinnen, natürlich acht gewinnen. Ah, schade, schade. Mach nichts, Leute. Weiter geht. Weiter geht. So, Vorsicht im FCB. Alter Schwede. So, und jetzt geht es weiter. Und weiter geht. Immer nach vorne spielen. Und, Eckball, ja, sieht nach Eckball aus. Gut, gut, das ist wichtig. Gut, das ist wichtig. Ach, schade. Vorsicht, FCB, Vorsicht. Vorsicht, immer Vorsicht spielen, Leute. Ruhig. So, Kim, ich muss... So, Kim, ich muss... Ach, schade, meine. Boah, alter Schwede. Was für ein schweres Spiel vom FCB heute. Gut von Mats Hummels. Sehr gut gespielt Mats Hummels. Ich war ein bisschen zu stark auf dem Levan Dorskin-Strafraum, leider. Boah, knapp, du... Ah, knapp, Leute. Knapp, boah. So, wieder ruhig, Spiele. Ja, Mann, das ist echt schwer heute. Muss man echt zassen, Ball. Eckball. Eckball, okay. Das ist wichtig für den FCB. Ruhig, Spiele. So, Koala, kriegt er den Ball und dann kann er starten. Oh, Mann. Ah, nein. Ich hätte noch ein bisschen Wartesonne, Leute. Noch ein bisschen Wartesonne. Das war jetzt so eine gute Torchance, Leute. Das war jetzt so eine gute Torchance vom FCB. Und wieder eine gute Torchance. Oh, Mann, das ist echt heftig, Leute, heute. Richtig heftig gespielt, Leute. Durch, weiter, ah. Das war ein guter Zweikampf. Ah, nachher. Junge, 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 heute sieht es richtig heftig aus für den FCB. Ja, wir hätten ein Tor des Lewandowski, hätten ein bisschen warten müssen, finde ich. Dann wäre vielleicht mehr rausgekommen, Leute. Aber jetzt hieß es wieder. So, ein Punkt wäre halt, ist zu wenig, Leute, für den FCB heute. Ist viel zu wenig für den FCB ein Punkt. Ein Punkt wäre halt, ist viel zu wenig für den FCB heute. Glück hat und wieder Glück im FCB. Hä? Aber hat denn da jetzt eine gelbe Karte gekriegt? Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum hat Lewandowski eine gelbe Karte gekriegt? Das habe ich jetzt echt nicht verstanden, Leute. Was war das wieder? Das war doch ein Foul. Torstor zu verhindern. Torstor zu verhindern. Scheiben gleifen. Scheiben gleifen. Torstor zu verhindern. Oh Mann, was war denn das gerade? Da war so frei an. Da war so frei an. Da war so frei an. Abseits. Was machen wir jetzt? Wie spielen wir jetzt weiter? Und das ist jetzt die große Frage in dem Spiel, Leute. Wie wir weiter spielen. Brücke spielt einfach. Boah, Alter. Brücke spielt zu gut für uns, Leute. Zu gut, Leute. So, Leute, müssen wir jetzt die Sachen tun, wir tun jetzt die Vidal reinmachen. Oh, Mann, wir müssen die Vidal reinmachen. Weil, irgendwie ist es noch nicht so der Bringer. Wir brauchen das Tor, Leute. Irgendwie müssen wir jetzt ein Tor machen. Wie machen wir hier? Dann kriegen wir hier ein Tor, Leute. Oh, Alter. Philipp Lahm, was war denn das gerade? Oh, es gibt jetzt wahrscheinlich Geld für Mats Hummels. Oder? Ah, doch. Ah, zum Glück, doch noch nicht. Aber dieses Tor, was kurz vor der Pause gefallen ist, war richtig blöd. War richtig blöd von oben. Mann, was geht heute wieder? Aller, der war. Nein, man, wenn wir uns jetzt nicht mehr zu sehen, bewegt haben. Aller, boah, denkst du, muss man viel Kopfball trainieren. Ein bisschen Kopfball muss er mal trainieren. Oh Mann, wir müssen, Allah, Mats, Allah, ich bin Hamburg gut gespielt. Oh, Vital, was war denn das für ein schlechter Pass? Und kein Einwurf wieder. Oh, mein Mann. Und wieder ein Kleinigkeitsfehler. Oh Mann, 2-0 verlieren wir heute gegen Brücken. Oh Mann. So heftig, Leute, zu heftig für uns heute. Nicht normal, dass wir heute so verlieren. Oh Mann, ich glaub's echt heute echt nicht, was heute mit FCB los ist. Scheibenleisten. Wir verlieren heute wieder. Durch eigentlich zwei Kleinigkeiten fehlen alleine. Durch zwei Kleinigkeiten verlieren wir heute gegen Brücke 9. Richtig nervig, ah man. Wir waren nicht das bessere Team, aber wir hatten wirklich einen Punkt. Ein bisschen verdient schon Leute, aber naja. Wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns Leute und das ist auch noch nicht schlecht. Eindhoven hat gewonnen, oh nein. Das ist nicht gut, Eindhoven. Das ist jetzt richtig nicht so das Gute. Da muss ich mal echt gucken. Das ist richtig nervig Leute, dass wir jetzt doch verloren. Ja, das ist so ein bisschen, finde ich ein bisschen richtig schade, dass wir so verloren haben. So Leute, jetzt schauen wir, jetzt tun wir wieder Vorspulen, wie immer. Dann machen wir noch ein bisschen Dreh. Schauen wir mal über Training. So, Dreh tun wir ein bisschen Vorspulen, ein bisschen. Oh, schade, naja. Wir haben versucht, wir haben alles versucht Leute. Oh, Dortmund ist ja auch nicht so mega gut wie die. Ist auch nicht so mega gut. So, mal gucken. So, mal gucken, welche gute Spieler. Aber die zwei sind richtig gut, finde ich. Was sind halt, wir brauchen Stürmer, wären halt nicht schlecht. Das wäre uns wichtig, dass wir ein paar Stürmer hätten Leute. Oh, ein paar Scouts berichten, gucken wir mal. Das ist das große Problem, was wir brauchen, wir brauchen ein paar Stürmer. So, jetzt schauen wir aber echt mal die Begegnungen, was in der nächsten Zeit so kommt. Gegen Frankfurt und Köln. Okay. Das nächste, oh, okay, gegen Köln spielen wir. In Bayern. Okay, gut. Aber was ich jetzt langsam mal angucke, will nochmal, bevor wir aufhören heute wieder. So, zur Sache, die Tabelle will ich mir mal angucken ein bisschen. Wie es, oh, es sieht aber eigentlich, oh, gegen Köln Platz 3. Wow, Lewak und Schalk, Alter, echt, ist aber eine komische Gruppe, äh, Top 4, oder Leute? Mit einem Sieg könnte man weit nach oben kommen, könnte man fragen, ja, das wäre gut. Mit einem Sieg, Leute, könnte man echt weit nach oben kommen, das muss man sagen. Ja. So, jetzt gucken wir mal noch ein bisschen die Torschütze-Krone an. Lewandowski hat lange keine Tormerke-Chance, okay. Jetzt können wir noch weiter. Reus, gute Torlogge. Oh, Neuer hat schon zwei Spiele ohne Gegentor gerade. Uh, ist gut. Okay, ja, das sieht nicht schlecht aus, Leute. Aber, Leute, ich denke, gegen den ersten FC Köln spielen wir erst beim nächsten Mal. Also, somit sagt euer Peter Gaming-Wider. Tschüss, bis dann und Petri, bis dann.